Wenn du dir ein teures Philly Steak kaufst, das kann ja gerne mal 50, 60 Euro kosten, weißt du was ich meine? Und dann willst du irgendwie drauf vertrauen, dass es dann fertig ist, wenn du denkst, so weit will ich nicht gehen. Also du brauchst so einen Thermometer dazu reinstecken? Ja, und dann hochwertiges kaufen am besten. Und dann gibt es 52, 54, 56. 52 ist rare, 54 medium, 56 ist oh mein Gott, was machst du da?